Servus Leute, moin moin, herzlich willkommen bei Call of Duty Mobile zu einer neuen Runde. Zuallererst, ich möchte nochmal eben Sebastian danken, ich habe gestern ein paar Runden mit ihm gespielt im BR, Grüße gehen raus, ich wollte dir nochmal eben zeigen, wir hatten darüber gesprochen über die Untotenbelagerung und zwar gehst du hier unten auf Events vorgestellt und ganz unten auf Untotenbelagerung, dann kommst du da auch wieder ins Spiel. Warum es da keine Applikation gibt oder also kein Button hier vorne, I don't know, das wollte ich dir nur gesagt haben, ne Digge. So und jetzt starten wir in einer Runde, bis gleich. Hallo meine Damen und Herren, willkommen auf Flug 1, ich bin der Kapitän heute, ich hoffe die Stewardessen haben sie gut bedient, ein bisschen Tomatenjuice vorbeigebracht, bitte schneiden sie sich jetzt ab, nehmen sie sich einen Fallschirm und auch ihren Hund, wenn wir dabei haben, so wie dieser junge Mann, und springen sie ab. So, wo wollen wir hin? Hierhin, Heli holen und dann vielleicht Turbine oder Anlage hätte ich gesagt. Jetzt do it. Die Idee haben wahrscheinlich noch mehrere. Also auf jeden Fall dazu landen. Lass uns mal, lassen wir uns doch mal überraschen. So, hier vorne, da steht der Heli. Sich im Spiel auszukennen, ist das A und O, Leute. So, rein, wir sind Erster, I think. Juhu. So, jetzt vielleicht Turbine eben, das geht glaube ich am schnellsten. Dann würde ich sagen, sehen wir uns. Beide Turbine. So, wir sind am Loot-Ort unseres Vertrauens angekommen. Falls ihr euch fragt, warum ich oft hier lande, ist natürlich ganz einfach. Hier gibt es einfach eine Menge, Menge Loot. Gerade wenn man im, ach so, habe ich schon aufgenommen. Gerade wenn man im, im Trupp spielt, ähm, du versorgst hier halt den ganzen Trupp einfach mit, mit Waffen und allem drum und dran. So. Wollen wir doch mal sehen, ob wir auch was Gutes finden. Oh. Schmeiß den Schmutz weg. Weg. So. Sorry. Rucksack. Okay. So. Hier nochmal die Magazinerweiterung. Hier. Hier. Nicht für Steps, glaube ich. Bot. Super Gameplay von mir. Ja. So. Okay. Komm. Wir looten hier nochmal ein bisschen. Ich würde sagen, wir... Äh, warte mal, warte mal, warte jetzt hier. Nichts überstürzen, Freunde. Holger. So. Okay. Nehmen wir mit. MX9 kenne ich mich gut mit aus, wie ihr seht. Auf Diamant Gold gespielt. Äh, im BR kann man die auch tatsächlich ganz gut nutzen, finde ich. So. Naja. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut. Und... Sehen uns in... Naja, für euch eine Sekunde wieder. So. Zurück im Helikopter. Ist unser nächstes Ziel natürlich ein Clans Upgrade. Da hinten hätten wir einen Abwurf. Boah, das ist aber ziemlich weit weg. Und liegt genau auf der Flugroute. Ähm. Ja, müssen wir mal sehen, ob wir uns den krallen oder nicht. So. Ach, der Ding hier an. Okay. Nichts da. Äh. Granaten nehmen wir mit. Mh. Ja. So. Ops, sorry. Ich bin mal ein Griffeln hier wieder irgendwo rangekommen. So. Ist noch da tatsächlich. Wir können uns auf den Weg machen. Ist natürlich jetzt ein bisschen risky, weil es so weit ist. Wo kommt der nächste Airdrop? Okay. Ist auf der Linie hier auf jeden Fall. Ja. Ist auch ganz gut. Okay. Wir fliegen ein bisschen außen rum. Würde ich sagen, sehen wir uns am Airdrop. So. Wir haben tatsächlich Glück. Da kommt aber gerade einer. Schon mal angehittet. Okay. Bot. Genau. Alter. I love it. So. Bluten brauchen wir den nicht. Wir haben alles, was wir brauchen. Okay. Hier oben. Dann auch zum Versorgungsabwurf. Obwohl, wir können auch. Nee. Okay. Bei Anlage war jemand. Okay. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Na gut. Ich bin ja auch bei Turbine gewesen. Waffe raus. Eben schnell eine Platte. Hey, hey, hey. Gut, dass kein echter Gegner war. Der hätte mir jetzt den Handy gestealt. Okay. Nice. Danke. So. Jetzt habe ich aber die Platte natürlich nicht eingenommen. Wo kommt denn der nächste Airdrop? Okay. Wir können Fracking-Turm. Wir können hier hinten hoch. Mal sehen, wo es uns hinführt. Jetzt habe ich gar keine Markierung gesetzt. Ah, okay. Ist auf einer Linie. Wir holen uns noch den Versorgungsabwurf hier vorne. Dann würde ich mir da tatsächlich nochmal einen Sniper rausholen. Wo ist er? Hier vorne irgendwo. Da. Okay. Da vorne kommt einer. Vollidiot. Richtiger Idiot. Nur um mein Handy zu zerstören. Okay, da kommt einer. Okay. Lass uns mal eben hier looten. Ja, das war richtig schlecht gespielt von dem. So, wie viel hat mein Handy denn jetzt noch? Was kann der denn noch? Okay. 57 Prozent. Das hat sich noch nicht mal gelohnt, Alter. Ah ja. So, Airdrop. Ich weiß nicht, ob wir uns den holen sollten. Beim Platten haben wir eigentlich genug. Wir können doch mal reingucken. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Lass uns mal einen schönen Spot aussuchen. Ich bin gerade mal überlegen, ob wir uns den Helikopter schon mal vom Hals schaffen. Oder Helikopter. Okay. Wo bist du? Hoi, Booty. Okay. Hier sind auf jeden Fall Gegner. Okay. Ich würde sagen, wir suchen uns erst mal einen anderen Spot. Wir müssen uns hier nichts riskieren. Na? Ja, 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 ja. Hol ihn dir? Ja. Geh raus. Geh raus. Okay. Nice, Bruder. Schade. Okay, er ist, glaube ich, rausgesprungen. Ja. Da unten ist er. Lass uns immer was versuchen. Ja, geil, dann vorbeigesprungen auf jeden Fall. Boah, geil, Alter, an allem vorbeigesprungen. Na, jetzt brauchen wir auch nichts mehr versuchen. Geil. Er ist da hinten am Stein. Nein, ich weiß nicht, ob er immer noch da ist. Äh, äh, was willst du? Geh mal weg. Was willst du denn jetzt? Ja, hallo mein Freund. Du hast es geschafft. Schön, dass du da bist. Schön, dass du das Video gefunden hast. Dass du das Video meine Videos guckst. Also, wenn du mitmachen willst an der Verlosung, dann schreib in die Kommentare Sandwich. Und für welche Plattform du mitmachen willst. Also, wofür du den Gutschein haben möchtest. Und dann losen wir am Sonntag aus. Am Samstag ist dann Schluss. Samstagabend, also Sonntagmorgen, ist dann Schluss. Und dann werde ich mir alles aufschreiben, auslosen. Und dann kommt ein Video. Und wenn du Glück hast, kriegst du den. Wenn nicht, dann jemand anders. Ja, wir sehen uns. Hau rein. Danke. Und jetzt guck diesen komischen Typen da weiter zu. Was will der eigentlich von mir? Hä? Was wollte der denn? Da hinten war der. Shit. Ja, schade. Ich dachte, wir können vielleicht von hier weg snipen. Das kommt hier einfach in meine Aufnahme rein. Was ist das für ein Kackvogel gewesen? Okay, dann lasst uns mal abchecken unter uns. Okay, wir müssen ein Bot sein. Lass uns mal gucken gehen. Oha. Was? So schnell? Never ever. Wir können ihn noch mal zuschauen. Leute, ist klar, alter. Never. Ja, läuft hier nicht so gut. Wäre ich mal nicht runtergesprungen. Komm, den gucken wir uns noch an. Wo ist er denn? So ist er halt. Boah, ja, Junge. Alter. Äh, was macht der? Was läuft der für Routen? Ich war doch full live, oder nicht? Ich hatte doch alles. Full live. Plates, glaube ich, auch voll. Ich habe keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Okay, jetzt wurde sich noch eine Waffe raus, oder was? Nein. Okay. Ja, ein Bot kriege ich auch schnell down. Das war eh okay. Also, cheaten kann er nicht, weil wer so schießt, ist ja lost, alter. Was ist das? Ich hatte die Werte uns gekriegt. Was ist das? Das ist ja übel zu lost. Okay. Ja, die Fähigkeit ist natürlich geil. Hä, was, was tut der? Why? Da hinten ist einer, habe ich gesehen. Oben drin, oder? Ja. Ach, dreckig, Alter, dreckig. Fuck, ey. Ja, Leute. Aha, okay. Auch nice. Dass das geht. Okay, erkennt sich mit der Klasse auf jeden Fall schon mal gut aus. Ich glaube, die sollten wir auch mal ausprobieren. Ich habe eine Idee, Leute. Ich habe so die, lasst uns doch die nächsten, oder ein paar Matches mal machen, wo wir mal die, also alle Klassen durchgehen. Dass wir jede Klasse mal spielen, mal ausprobieren. Das wäre doch nice. Ich glaube, oh, ja, genau. So wird der Bildschirm direkt gesperrt bei so einem Scheiß hier. Ich glaube, links von dem habe ich was gehört. Ärger nicht. Ja, viele Grüße. Hotaru. Da links steht er noch. Ein Bot. Ist der dumm? Hä? Was ist das? Was ist das? Hat er ihn gesehen oder nicht? Er ist immer doch der letzte Spieler. Warum? Ja, verstehe ich nicht. Also ganz komischer, ganz komischer Dude. Aber er hat gewonnen. Ja, Leute, dann danke fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, dass ich mal so die Klassen durchgehe und dass wir die einfach mal ausprobieren. Fände ich ganz nice eigentlich. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und haut rein. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.